Hallo und herzlich willkommen zurück bei Octopus Traveler. Ich bin Bahadevi und ich bin ein Quellbau. Und hier gehe ich jetzt zu Rhea. Und ich kann euch mal vorwarten, das wird ja ganz kurz in dem Quest. So, und den Brief muss ich jetzt besorgen und den gibt es hier hinten bei dem Typen. Das ist noch nicht mal schwer. Könnt ihr kaufen oder stiehlen. Das heißt, ihr braucht Therion oder Tressa in der Aufgabe. So. Und dieser kleine Diebstahl wird noch nicht mal schlecht bezahlt. Meine Ernsthaft. Na und mir erst, der prägt mir viel Geld von dir ein. Oh, mein Hals kratzt. Zum Glück ist das der Kurze neben dem Quest. Hm. Diejenigen, denen der Frieden zu langweilig ist, sind selten diejenigen, die auf dem Schlachtfeld stehen. Naja. 6.600. Viel ein bisschen Gelaber und einen geklauten Brief. Was will man mehr? Also bis dann. Bei mir. Ach ja, vergesst nicht. Gebt mir einen Daumen nach oben. Hinterlasst einen Kommentar. Macht ein Abo, falls ihr noch keins habt. Immer schön auf die Glocke klicken. Wir sehen uns. Bye, bye.